Hallo und herzlich willkommen zu einem Alien Archtäterangriff. Wir sind jetzt hier und werden erstmal den Aliens fett in den Archtäten. Darum heißt es ja auch Archtäterangriff. Uh, er macht den Feldposten. Uh, guckt ihn euch an. Der feine Herr. Uh. Oh ja, das sieht doch sehr gut aus. Baller ihn weg. Ja, schöne Sache. Okay, habe ich einen mit blitzschnellen Reflexen? Habe ich da wen? Du nicht? Äh, du. Okay. Das ist sehr gut. Dann geh schon mal da hin. Verdammt. Warum setzt du deine Reflexe nicht ein? Gut, dann schieß einfach. Uh, natürlich. Ein Schadenspunkt. Das bringt mir auch so viel. Okay, ich denke, ich muss was riskieren, oder? In Bewegung. Weil sonst schmeißt du einfach eine Granate und alle sind tot. Oder? Ich glaube, das klappt auch so. Oh, toll. Sieht man nix. Ja, schön. Das war ja mal gar keine Bedrohung für den Predator. Habe ich jetzt alle Gegner mit einem Schlag ausgeschaltet? Nein. Das wäre zu geil gewesen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. 37. 37. Ja, komm, schieß trotzdem. Daneben. Ja, und das war sowas von klar. Ziel steht noch. Macht nix. Das Hauptziel ist tot. Und unser Kifferfreund erledigt den Rest wahrscheinlich, oder? Komm schon. Gut. Jawohl. Und gleich nochmal. Du bist mein Mann. Mein Kiffermann. War nie eine Bedrohung. In der Zone. Dann lad mal einfach nach. So, jetzt stehen die natürlich mal wieder alle schön auf einem Fleck. Wie die auffällt mit ihrem blauen Anzug da. Alle sind so, ja, bunt oder sowas. Oder haben irgendwelche Tarnluster und sie hat einfach den ganz normalen Anzug. Oh, du bist ja ein Arschloch. Ja, das will ich auch hoffen. Ich wäre enttäuscht, wenn ich so ein Arschloch töten könnte. Ja, ja, mach hier ruhig einen auf großen Macker. Mach das ruhig. Willst du schon sehen, was du davon hast. Äh... Ja, komm, schieß auf den. Oh, ja. Holo-Zielen ist immer was Feines. Was hast du hier im Angebot? Einmal 100%, einmal 89%. Ich hätte gerne, dass du jetzt den da erledigst. Wenn das geht. Nein, natürlich kriegst du das nicht hin. Obwohl du mein Mann warst. Ich bin schwer enttäuscht von dir. Ich hätte ihn auch woanders hinstellen können. Scheiße. Ja, dann nehmen wir hier die 82. Komm, baller ihn weg. Warum machen die jetzt alle nur so wenig Schaden? Dann baller du sie halt weg. Mit deiner Kack-Drecks-Rakete. Sind da Zivilisten im Weg? Scheiß drauf, gleich nicht mehr. Gleich sind sie nicht mehr im Weg. Boots. So, alles erledigt, was da weg muss. Dann gehen wir mit dir mal hier rüber. Ja, natürlich kann sie den von da aus nicht mehr treffen. Logisch. Und du... hast zum Glück noch genug Munition. Sollst du da rauf gehen? Nein. Oder? Würde das was bringen, wenn der da rauf geht? Ich denke, ja. Ich steige auf. Ich weiß nur nicht, ob der da noch schießen kann. Der kann da nicht mal rauf. Ja, toll. Super. Warum kann der da... Ach, da kann er rauf. Warum da auf einmal? Ach so, da ist so eine Stange. Ich dachte, du... Hä? Der kann da normalerweise einfach raufspringen. So wie hier. Ich bin schon noch im Weg. Dann geh da rauf. Dann wirst du zwar wahrscheinlich sterben oder sowas, aber... Alter, willst du mich verarschen? Ne, dann zieh ich den jetzt zurück. Sonst wird er die... Ach, scheiße. Wegen dem Feldposten, ne? Ne, komm. Dann... Baller auf den da. Versuch dein Glück. Ja, das war klar. Jetzt, wo es drauf ankommt. Oh, der wird sowas von drauf gehen. Und es wird nicht reichen, um den zu töten. Sogar wenn sie trifft. Ja, hat getroffen, was gut ist, aber es reicht nicht. Oh Gott. Was passiert jetzt noch? Ach, sie hat noch einen Schuss frei? Ja, geil. Wird aber trotzdem nicht reichen. Oder? Ja. War klar. Gibt's doch gar nicht. Gibt's ja wohl. Beim Roller. Oder so ähnlich. Ach, der konzentriert sich lieber auf den Zivi oder was? Das hätte mich auch zu sehr gefreut. Keine schweren Schäden festgestellt. Du bist gleich tot, keine schweren Schäden. Nein, ich werde nicht. Doch, du bist tot. Nein. Doch. Akzeptier's. Mach ich grad auch. Warst du blöd und hast daneben geschossen? Und ich war so blöd, dich nicht in Deckung zu stellen? Na, das ist jetzt echt kacke. Na, was ist denn? Ach so. Jetzt darf ich wieder, alles klar. Dann schieß du mal auf den und töte ihn. Dann räche deinen Freund. Ja, zum Glück. Der hat mir genug Probleme gemacht. Ne, weißt du was? Das kann der, das kann der hier machen. Scheiße kann er doch nicht. Der kommt da nicht ran. Äh, gut, dann. Gehst du mal da hin. Und schießt auf den da. Das gibt's ja nicht. Warum trifft denn heute wieder keiner? Letztes Mal so gut und jetzt auf einmal wieder alle kacke. Oh ja. Das war wichtig. Das macht nix. Das war ein wichtiger Schuss. Und du tötest den jetzt bitte auch. Oder auch nicht. Jawoll. Zwei Zombiefabriken ausgeschaltet. So muss das laufen. So, du lädst auch noch. Wer kommt da noch? Passt schon. Sollen sie kommen. Wir haben erst einen verloren und die schon mehr. Mehr. Das heißt, wir haben noch gute Chancen. Wieder wegfliegt. Ja, ja, kommt nur. Ich hab keine Angst vor euch. Ob der meinen Mech auch zu einem Zombie machen könnte? Ich würde es nicht herausfinden, aber die Frage ist interessant. Oh ja. Das ist okay. Die Lage ist alles in allen sehr entspannt. Sie tötet ihn natürlich nicht. Warum sollte sie ihn auch töten? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum sollte sie töten? Als Soldat. Wieso? Boots. Dann. Vielleicht den hier noch? Ich hatte gehofft, dass sie ihn tötet. Na gut. Dann kümmere du dich um den Chrysaliden. Ach, du hast den Handschuh gar nicht. Scheiße, ich hab gedacht, der hat den Handschuh. Er hat eigentlich auch. Ach nein, der hat den Flammenwerfer. Ah. Okay, dann. Fackel den mal kurz ab. Der ist doch schon gar nicht mehr im Feld, der Scheiß. Ah, Mann. Der Scheiß-Penner von Zivilist stört. Ich hab gedacht, der hat den Handschuh. Scheiße. Den zum Schlagen. Das ist jetzt natürlich ganz blöd gelaufen. Vielleicht lieber mit der Granate, weil Granate ist in dem Fall echt besser. Sicherer. So. Trotzdem geschafft. Gut. Ja, ja, kommt noch. Bisher läuft es tatsächlich noch einigermaßen okay. Wir haben zwar einen verloren, aber das kann man verkraften. Gerade so noch. Damit muss man halt bei den Mechs gerade am Anfang rechnen. Weil das sind laufende Zielscheiben. Gerade am Anfang, wo sie noch nicht so viel Leben haben. Okay, jetzt. Von da kommen die Zombies. Aber die sind gerade unwichtig. Du stellst dich auf jeden Fall mal dahin. Und wartest erst mal ab. Du... Wartest auch erst mal ab. Erst mal alle abwarten. Geh mal dahin. Was passiert dann, wenn du hier hingehst? 52%. Ja, schieß mal. Ein Schadenspunkt. Alter, was ist denn los? Was habt ihr denn für Probleme? Würdet ihr richtig treffen, wäre alles okay. 42%? Ja, dann schieß auf den da. Warum trifft heute keiner? Letztes Mal war es so gut und jetzt trifft keiner mehr. Ist übrigens eine neue Aufnahmesession für den Fall, dass es jemanden interessiert. Endlich. Endlich hat mal einer getroffen. Hier bleibt nichts anderes übrig, wie nachzuladen, oder? Du kannst hier hingehen. Ja, klar. Weil der Zividee interessiert mich gerade nicht. Ich will jetzt nur meine Leute da irgendwie rausholen. Schieß! Alter, was macht ihr denn? Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, was die da fabrizieren. Immer nur zwei Punkte, sowas. Das ist doch nichts. Ja, wenn es nur die Grisaliden und die Zombies wären. Das wäre schön. Der Walking Dead. Ich hatte jetzt eigentlich mit einer Granate gerechnet. So, ja, jetzt müssen erstmal alle nachladen. Das ist ganz toll. 100%. Ja, dann tu dir keinen Zwang an und kill ihn. Oder zumindest kritisch. Das ist ja schon mal was. 89. Ja, du musst definitiv auf den ballern. Ganz sicher. Oh ja, das war wichtig. Das macht nix. Du hast mit einem wichtigen Treffer gelandet. Ja, den einen Zombie werde ich jetzt nicht mit einem Flammenwerfer oder sowas angreifen. Der soll jetzt auch erstmal nachladen. Alle müssen jetzt nachladen. Gerade in so einer Situation. Wirf eine Granate auf den Zombie. Das ist, glaube ich, jetzt das Schlauste. Weil es ist wirklich fraglich, wie lange sie noch überleben wird. Mit ihrem Anzug da. Hauptsache erstmal der Zombie ist entschärft. Ein paar konnten nachladen. Oh, dass der Wagen brennt, habe ich vergessen. Gut, dass da keiner in der Nähe stand. Boah. Das war knapp. Ja gut, ich habe schon einen Zombie ausgeschaltet. Der eine mehr, der interessiert mich gerade nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie ist tot. Aber immerhin lebt sie noch. Wahrscheinlich ist sie gleich tot, weil sie in Panik ist. Das ist meistens der Fall. Ja, den Chrysaliden kann ich killen. Das ist nicht die Frage. Das kriege ich ganz schnell gebacken. Ich frage es eher mit wem. Upsa. Hä? Warum? Achso. Ja, ich verdrück mich hier manchmal. Hm. Du hast keine Munition mehr. Aber zwei Granaten. Ja, der kommt so schnell nicht dahin, glaube ich. Oder? Ich will nicht noch einen riskieren, wenn ich ehrlich bin. Wo soll ich sie jetzt hinschicken? Komm, ich schicke sie da hin. Nicht, dass ich sie noch verliere. Dann mit dem Präzisionsschuss ballert sie dem ordentlich eine rein, hoffe ich. Ja. Dann du kannst auch wieder mit der Granate den da erledigen. Ja, scheiß drauf, dann zerstör halt die Deckung. Dann ist der auch schon mal weg. Was die geretteten Zivilisten angeht, sieht gut für uns aus. Bisher haben wir da ziemlich gute Karten. Jetzt baller du dem noch eine rein. Ja, natürlich. Alter, sie hätte es beenden können sogar. Jetzt wird er nochmal Schaden austeilen. Ja, geil. Und ist jetzt wer tot? Nein, der zieht sich zurück. Das ist gut. Das ist sogar sehr verdammt gut. Das heißt, wir können uns jetzt in aller Ruhe um den Zombie kümmern. Ach, jetzt macht sie einen kritischen Treffer bei so einem Low-Gegner, ne? Mach ich ihn mit der Pistole fertig. Oh ja. Dann, du kannst nachladen. Du lädst auch nach. Du stellst dich in eine bessere Deckung und lädst genauso nach. Perfekt. Gut, dass er sich zurückgezogen hat. Das war wichtig. Ja, jetzt kann er nochmal schießen. Ist egal. Das kriege ich hin. Kriege ich alles hin. Baller ihn einfach so weg. Oh, super. Ah ja. Ich wollte schon sagen, dass das Auto nicht explodiert. Ein weiterer Tag. Eine weitere erfolgreiche Operation. Das lief dann doch irgendwie echt gut. Klar, einen Mech-Kämpfer verloren. Das ist scheiße. Aber den kann man ersetzen. War ja nur ein Roboter. Kostet halt Meld, ne? Und das ist jetzt nicht so gut eigentlich. Zu viele Meldkosten sind immer schlecht. Oh, dafür einige Beförderte. Das ist auch gut. Machen wir auf jeden Fall das hier. Und dann, du bekommst das hier, war gut. Das ist halt ein Anfänger. Super, das bringt's ja. Entfernt Zielverschlechterung oder Deckungsfeuer? Ja, Deckungsfeuer ist nicht so gut. Ich nehme das mit dem Zielverschlechterung entfernen. Das ist beides nicht so gut in diesem Fall, weil das eine Schwere ist und die treffen selten. Denken Sie daran. Wir behalten Sie in den Augen. Halt die Klappe, ich rede. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Soldaten anzeigen. Welcher von den Mechkämpfern ist denn gestorben? Also wir haben einen mit einer, na? Was für einer Fähigkeit? Ah ja, Bonus Scharfschützenfähigkeit. Also einer Scharfschützenfähigkeit. Ja, schön, dass ich Fähigkeit sagen kann. Wo ist denn der nächste Mechkämpfer? Also Scharfschützenhammer. Du bist verletzt. Hä, wo sind die ganzen Mechkämpfer? Werden die hier nicht angezeigt? Oder habe ich wirklich nur noch einen? Das wäre ja... Da sind sie doch. Habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Was für eine Fähigkeit hast du? Bonus Unterstützungsfähigkeit, die ich übrigens sehr gut finde. Tatsächlich finde ich, dass das von allen die Beste ist. Äh, Bonus... Warte, Bonus Unterstützungsfähigkeit. Nochmal. Achso, ich habe ja nicht... Ah, ich muss ja auch ganz runterscrollen. Äh, schwere Fähigkeit. Das heißt, ein Stürmer fehlt. Haben wir denn einen Stürmer da, den man zerschneiden kann? Sturm, ja, hier, tatsächlich. Dann nehmen wir dich. Äh, Soldaten. Ich kann mal wieder ein paar Soldaten anwerben. Einfach, um noch was da zu haben. Ein bisschen mehr Auswahl, quasi. Äh, Soldat optimieren. Soldat wählen. Und wo ist jetzt der Stürmer, den ich ausgesucht hatte? Da ist er ja. Soldat optimieren. Ich hätte nie gedacht, dass unsere Soldaten einmal Arme und Beine opfern würden, nur um uns einen taktischen Vorteil gegenüber dem Feind zu verschaffen. Genau, und hier ist jetzt eben ein Mech beschädigt. Das ist der mit dem Handschuh. Und den würde ich ganz gerne auch reparieren. Wie viel kostet mich das? 20 Met? Oh, das geht gerade noch. Ist halt... Äh, die Technoabteilung hat mit den Reparaturern. Ah ja, okay. Es ist halt noch ein Mech, der keine so große Stufe hat. Die werden natürlich auch noch verbessert. Ist ja klar. So. Ah, kann ich vielleicht noch irgendwas bauen? Ähm. M, M, M. Oder die Gießerei vielleicht? Nein, Gießerei nicht. Einrichtung bauen. Puh, ich habe kein Geld, um was zu bauen, ne? So. Ah, es ist auch nichts da, was ich bauen möchte, sehe ich gerade. Gut, dann kümmern wir uns einfach um die verdeckte Operation wahrscheinlich als nächstes. Machen wir einfach das. Abhol-Trupp los schicken. Start Einsatz. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Mh, soll ich diesmal einen Mech-Kämpfer mitnehmen? Es wäre schon wichtig, weil ich habe jetzt einen verloren. Ja, komm, ich nehme einen mit. Ähm. Dich entferne ich, weil ich brauche keine 50.000 Scharfschützen. Auf welchem Rang bist du? Das heißt, du kannst noch befördert werden. Dich kann man entfernen. So, einen Mech-Kämpfer bitte. Einmal Mech zum Mitnehmen. Dann kriegst du natürlich deinen Bewacher. Alter, was ist denn das mit den... Kann man das nicht irgendwie abspeichern, die Muster? Die ich da gemacht habe. Ah, das ist ja blöd. Gefällt mir jetzt schon. Und Mechs brauchen, wie gesagt, auf jeden Fall Helm. Nehm mal direkt das. Ich nehme jetzt einfach mal das Erste, was ich finde, ob es gut aussieht oder nicht. Weil, komm schon, die... Schau dir das an. Auch sie hier jetzt, äh... Das wird einfach nicht gespeichert. Und ich werde das nicht jedes Mal machen. Oder? Wurde das gespeichert? Weil das sieht irgendwie anders aus, habe ich den Eindruck. Ja, stimmt. Die Farbe zumindest wurde gespeichert. Und das Muster, glaube ich, auch. Ja, nice. Dann... Ach ja, ich hätte Gegenstände abgeben machen müssen. Dann behalte ich das auf jeden Fall so bei. Ähm... Ja, du hast überlebt, aber ich gebe dir trotzdem kein Muster. Ist mir jetzt egal. Ach, den Stürmer will ich gerne mitnehmen, aber ich habe, glaube ich, keine... Ah, doch, ich habe... Äh, verdammt. Das ist ja im Kybernetik-Labor. Und sonst habe ich keine Stürmer mehr, ne? Darum habe ich mir jetzt noch ein paar Soldaten geholt, weil... Die sind jetzt alle weg. Okay... Dann nehme ich noch einen schweren. Ich nehme noch einen schweren, egal welchen. Unterstützer habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zwei. Unterstützung, Unterstützung. Ich brauche halt auf jeden Fall noch einen mit Medipack. Das ist definitiv wichtig. Und das Medipack... Das bekommst wahrscheinlich du jetzt. Ja, ganz einfach. Äh... Äh... Ja. Ja, ich würde sagen, das ist gut so. Sie hat keine heilenden Fähigkeiten. Irgendwie was mit Medipack. Da nicht Bewaffnung, sondern Fähigkeit. Du hast auch nichts mit Medipack. Und du hast gar nichts. Alles klar. Dann... Gehen wir mal gegen Exholt. Einsatz starten. Das kann was werden. Habe ich dem einen jetzt eigentlich ein Muster gegeben? Nein, habe ich nicht. Ja, immer sind die Deutschen schuld. Immer sind die Deutschen schuld. Immer und immer wieder. Natürlich. Wir sind jedes Mal der Sündenbock. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exholt-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exholt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Neues Ziel erhalten. Neues Ziel erhalten. Ich mag das eigentlich tatsächlich sehr, diese Sender da beschützen und sowas. Das finde ich irgendwie echt cool. Ich weiß aber auch nicht genau, warum ich das so cool finde. Okay, ich bin mir sehr sicher, wir können schon mal ungefähr so weit vorgehen. Genau. Zum Glück. Du gehst jetzt einfach mal da rauf. Scharfschütze da oben. Das ist natürlich heikel für die. Sie wird die hoffentlich sehr krass wegballern. Okay. Ja, du setzt dich einfach mal zu deinem Kumpel da vorne. Soll ich einen von den Schweren auch raufstellen? Ne, ich glaube, das hat nur wenig Sinn. Aber ich kann den mal da hinstellen. Gucken, was da passiert. Aber du kannst rauf gehen. Mit deinem Gewehr bringt dir schon was. Ey, ich bin noch am Zug. Lass mich machen. Ja, ist mir scheißegal. Lass mich machen. So, sie soll rauf gehen. Damit sie hier mit ihrem Gewehr noch ein bisschen was zusätzlich reißen kann. Ja, du gehst auch zu dem anderen Schweren. Dann seid ihr zusammen. Das passt doch. Du bleibst einfach da. Geh erstmal einfach in Deckung. Okay, jetzt dürfte es dann langsamer losgehen. Oder auch nicht. Komm, du gehst auch rauf. Dann habe ich hoffenweise gute Leute oben. Und zu wenige unten. Aber ich versuche es trotzdem. Na egal, sie hat eine halbwegs gute Deckung. Und vor allem habe ich noch ein paar Zyper offen. Zum Beispiel mit meinem allseits beliebten Mech. Der kann sich jetzt einfach da reinstellen. Das Auto in die Luft jagen. Und so bestimmt gleich für zwei oder so töten. Oder zumindest schwer verwunden. Und töten weiß ich nicht. Aber schwer verwunden geht auf jeden Fall. Ach komm. Mach einfach so. Ja doch, das hat ordentlich die Öl reingehauen. Finde ich gut. Ah, okay, ja. Bringt nichts, ne? Ah, du kannst von da aus nicht auf die ballern. Aber du hast deinen Einsatzhaken, ne? Der dir hier gerade auch nichts nützt. Das ist ja ganz toll. Dann geh mal da zu dem Schild. Vielleicht kannst du von da aus irgendwas machen. Auch nicht. Ja, natürlich. Geil. Okay, ja. Ich habe schon einen schweren Schlag gegen die gelandet. Mit der Autosprengung da. Da brauche ich nicht noch mehr. Fürs Erste zumindest. So. Ja, du bleibst am besten einfach da stehen. Würde ich mal sagen. Ich guck mal mal, was die machen. Ja, die heilen sich erst mal. Okay, vielleicht nicht die beste Lösung. Das bringt euch nur nicht viel, alles in allem, was ihr da treibt. Ich habe doch eine Granate. Dann kann ich gleich zwei auf einmal töten. Ach nein, nur einen. Okay, dann mache ich das nicht. Bei zwei hätte ich es gemacht, aber bei einem, nö. Sehe ich nicht ein. Alter, du triffst ja gar nichts heute. Ist nicht dein Tag, oder? Jetzt kann sie davor gehen. Schön. Und sie kann schießen. Geil. Nee, das ist... Das lasse ich den Mech machen. Hier, mach den da fertig. Jawohl. Ja, ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Ich gehe. Ah, sie hat gar keine Munition mehr. Dann versuch es mit dem Flammenwerfer. Geht. Ich mache den Feuer. Jawohl. Das macht sie alle sehr, sehr, sehr gut. Ach. Geh einfach da hin. Die haben sowieso keine Chance gegen uns. Also kann man das auch so machen. Na, dann geh du auch mal da hin. Oh. Das ist jetzt nicht so praktisch. Da sage ich gerade noch, sie haben keine Chance. Und schon haben sie mich flankiert. Commander, eine Exalt-Einheit versucht, den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, werden sie die Position des Senders ermitteln. Ja, ich habe gerade ganz andere Probleme. Ist hier klar, oder? Die haben mich flankiert. Und zwar krass. Das finde ich echt nicht gut. Dann mach du erst mal den Feldposten. Und du genauso. Oh, das wird jetzt böse. Das wird jetzt sehr, sehr böse. Ja, eben deswegen. Du bist ein Arschloch. Ach, nö. Ja, dann gerade nicht in Panik, wenn du nach Hause willst. Okay, das wird doch noch schwer. Hm, einer in Panik, einer festgenagelt. Okay. Ich bin aber dafür, dass wir erst in der nächsten Folge herausfinden, wie ich das hier lösen werde. Irgendwas fällt mir schon ein. Ich hoffe mal wieder, dass es euch viel Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns dann einfach. Ciao.